Rainer Basedow, auch als Rainer Basedow bekannt, ist ein deutscher Bühnen- und Filmschauspieler, Synchronsprecher und Kabarettist. Leben sein Abitur absolvierte Rainer Basedow 1956 in Magdeburg. Wegen politischer Unzuverlässigkeit durfte er in der DDR nicht studieren. Nach seiner Flucht aus der DDR begann er ein Lehrerstudium an der Pädagogischen Hochschule Braunschweig in den Fächern Deutsch und Sport. Rainer Basedow ist seit 1971 verheiratet mit seiner Frau Mathilde, die er am Set kennenlernte. Die Eheleute haben vier Kinder. Bühne und Kabarett Noch vor der zweiten Staatsprüfung ging er auf eine Schauspielschule in München und wurde durch den Schauspieler Wilfried Klaus zum kleinen Theater am Siegestor gebracht, wo er in Warten auf Godot eine erste Hauptrolle spielte. Auf der Bühne stand er dann von 1962 bis 1976 im Ateliertheater in Bern, an der Schaubühne am Halleschen Ufer sowie am Volkstheater und der kleinen Komödie in München. Von 1976 bis 1995 agierte er als festes Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, ging mit ihr auf insgesamt 19 Tourneen mit über 4000 Vorstellungen. Seine Partner waren hier vor allem Jochen Busse, Henning Fenske und Renate Küster. Er absolvierte mehrere Auftritte in der Fernsehsendung Scheibenwischer. Bis zum Dezember 2009 spielte Basedow zusammen mit Hans-Günter Pöhlitz und Marion Bach in der vom Mitteldeutschen Rundfunk viermal im Jahr im Kabarett Magdeburger Zwickmühle produzierten Kabarettsendung Die Drei von der Zangstelle. 2010 war er in den Kreuzgangsspielen Feuchtwangen als Sir John Falstaff in Die lustigen Weiber von Windsor zu sehen. Film und Fernsehen Die erste Filmrolle hatte Rainer Basedow in dem Streifenwilder Reiter GmbH. Bekannt wurde er in Mace Bills Film zur Sache, Schätzchen. Das Szenenfoto, auf dem er als uniformierter Polizist neben der im Korsett stehenden Uschi Glas abgebildet war, ging durch die gesamte deutschsprachige Presse. Einen anderen bekannten Polizisten, den Wachtmeister Dimpfelmoser, spielte Basedow 1974 im Kinderfilmklassiker Der Räuber Hotzenplotz an der Seite von Gerd Fröbe und Josef Meinrath. Im Fernsehen hatte er in vielen Serien Gastauftritte, unter anderem in Tatort, Der Alte, Derrick, Der Kommissar, Der Bulle von Tölz und Alpha Team. In der ZDF-Serie Küstenwache spielte er seit Folge 1 im Jahre 1997 die Rolle des inzwischen ehemaligen Smuttier- und Sanitäters Kalle Schneidewind, der mittlerweile eine Kneipe besaß. Bis Staffel 8 der Serie gehörte er zum Hauptcast, seitdem trat er als Nebenrolle hin und wieder auf. Die Serie wurde 2016 eingestellt. Außerdem arbeitet er als Synchronsprecher. Dabei leiht er seine Stimme sowohl Zeichentrickfilmen als auch international bekannten Kollegen wie John Belushi, Ned Beatty, David Hemmings und Jerry Lewis. Außerdem synchronisierte er Al im Film Toy Story 2.